Mir wärst du ganz bestimmt nicht zu teuer, Yagosch. Na, Feldarbeit tätig, aber nicht. Ich würde schon für dich mitarbeiten, Yagosch. Das würde ich tun. Na, wie viel, Mutter? Wie viel? Das ist nicht so einfach zu sagen. Ein Mädchen noch. Erst im 19. Frühling. Gut. Arbeitsam. Dass sie ruhig noch ein paar Jahre bei der Mutter bleiben können. Matthäus, nein. Was ist denn, Yagosch? Komm, komm, sonst werde ich verrückt. Geh weg. Die Mutter, Matthäus. Meiner Yagosch fallen vom Vater her sechs Morgen zu. So überschreibt ihr auch sechs. Die sechs vorne am Weg. Mein bester Acker, weiß Gott. Und ist Yagosch etwa nicht die beste im Dorf? Ja. Sechs Morgen. Das ist eine ganze Wirtschaft. Und wer ein Räuber und gibt ja das größte Unrecht, nur weil er der leibliche Vater ist, da ist ihm alles erlaubt. Aber den Kindern ist es nicht erlaubt, sich gegen das Unrecht zu wehren. Hör zu. Der Matschi macht dir ein Brautgeschenk. Er wird dir Töchterchen die sechs Morgen am Weg überschreiben, verstehst du? Ja. Da geh ich schon zu. Gott, bezahl's euch. Mir ist das einerlei. Ich gehe, wenn ihr's wollt. Das müsst ihr schon abmachen. Voll mir aus, Salah schicken. Verlobt ist noch längst nicht verheiratet. Ja. Ich gehe, wenn ihr's wollt.